So, hallo YouTuber, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei ROCKPOWER.TV. Ich versorge jetzt erstmal ein bisschen die Komponstanlage. WDR 2.0 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich glaube, das ist gut Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Das war's für heute. 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 Als eigenen Aufnahmen machen. Weil mein Handy dient als Stoppuhr. Ist der Akku leer? Ist der Akku leer. Ich hab's aber nicht geradeaus guck auf eine Uhr. Aber natürlich. Es soll's aber noch sein. Man vergisst, als Start rauszugucken. Da kann man nur noch abschließen. Zeit, ich hab' nicht angefangen. Also in anderen Berechnungen müssen wir jetzt schon 12 Minuten senden, also machen wir noch 5 Minuten oder so. Also das Holzgedünse da, das zeige ich euch auf jeden Fall. Da fangen wir jetzt deutlich hin. Und da sind wir auch schon da. Da können wir jetzt wieder in die Außenmauer knallen. Na ja, wir wollen, da werden die völlig verletziert. So, dann werfen wir jetzt noch mal an. Ist normalerweise eine Art der Rieferkürstück rausfallen. Oh, oh. Also es tut mir leid, wir können jetzt sagen, was erfolgt, als wir beim LS17 das mit dem Spanngurten rausbrachten. Ich fand es lächerlich und ich finde es immer noch lächerlich. Das ist der Frühstückkampf, wenn die Spanngurte doch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Hätten sie weglassen können, aber egal. Fertig. Verkopf noch, he. Wir haben die Branche von mir. Ich glaube, das war der Umgebung. Ja, es ist nur ein Moment, wo der Foss ist, was wir haben. hier noch mal die bretterpaletten da die bretterpaletten nicht hingehen da gibt es eine kleine kleine dachter, aber nicht mehr so gut das ist ja eine kleine kleine dachter ich weiß nicht, aber nicht mehr kreiert um Ja, also Leute, da war ich es angetreten, da wo diese Steine stehen, ist Abgabe verkauft bei Bretterpaletten. So, also wie gesagt, hier hinten Erde und Beton und hier eben die Bretterpaletten. Einige, was mich mal interessieren würde, wird auch die Gings gehen, aber wahrscheinlich ja nicht. So, da jetzt geben wir die jetzt über Lapser. So, jetzt können wir die Paletten stellen, geben wir die Paletten ab, also wenn wir die durch die Paletten erstellen können, ja, möglichst. Gut, Beute, also, habe ich mir gesagt, da habe ich hier schon Bretterpaletten. So, jetzt können wir mal drücken, weil hier hinten eigentlich da bitte die Bretterpaletten ist. Okay, jetzt können wir mal drücken, also, dann können wir die Paletten, also, dann können wir Jawoll, Kino, Alter. Hier, wenn die Breiterpante noch geladen, nimmt noch klar. Okay, dann wäre das Problem auch gelöst und die Folge kommt nicht zu Ende. Ja, 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 ich mach noch ein bisschen mehr. Dann wäre die Geholzproduktion, da verstau ich diesen Auflieger, oder diese Plattform, die bleibt dann weg. Ja, ja, ich mach noch ein bisschen mehr. So macht das Spaß, so ist das cool. Geht, 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 geht. Geht, 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 geht. Geht, 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 geht. Ich bin immer noch ein paar Sachen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich finde die sind jetzt schon da richtig geil, ich habe jetzt noch richtig viel dazu, weil wir jetzt ja rückwärts in der Vorderbahnbahn fahren, wenn wir nicht mehr Vorderbahnbahnbahn fahren, ja das geht doch, weil wir doch das mit ein bisschen mehr, so, Wunderbar. Ja, liebe Leute, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ach, sieht das gar nicht aus. Da kann ich mich gerade nicht zack sehen. Einwandfrei, das Förderband ist richtig geil. Merkt euch das. Grimme, Quantum, Nummer habe ich jetzt vergessen. Autoload. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hat es euch gefallen, lasst ein Abo, lasst ein Kommentar da. Lasst ein Like da. Genau, gut, ich habe irgendwas vergessen noch. Dann sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auch auf Power. Macht's gut. Ciao, ciao.